ich habe wie verlangt die gesamten batteriesicherung ausgetauscht und die lichter funktionierten alle letzte nacht jetzt geht wieder los ok projekte benutzen sehen wir hier da sehen wir die das begehrte objekt das was war finden sollen die da gut asser muss man gerade mal ein stückchen nehmen ja wenn mein kehle trocken bleibt ja malen ganz schön talentiert die gute dame kann malen kann rechnen wie langweilig wir gehen weiter ich glaube da geht es weiter wir gehen wir hier noch mal rein hier ist das fotostudio auch recht fotogen die gute die beobachten sie nein schat ab schreibtisch durch die zuckerwatte genau die bringt gesundheit die zuckerwatte ganz bestimmt nicht aha aha oh base eine bassanlage krass oh wir haben wieder hier eine schöne cool 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 was sollten wir denn jetzt hier mal was brauchen wir denn wir brauchen hatte ich letztlich gesagt das schild hat man jetzt erweitert leben ist reis aber ich glaube salz ist auch richtig das hat es richtig viel gebracht das ist das lautsprecher gewissen do not touch the spaceman 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 48 128 pass the point ach okay wenn man mit diesem punkt hier schreitet auch ganz cool lässig noch mit auf dem boden gemalt hier mit roter farbe Da muss man 168 Stunden in Quarantäne gehen. Oh, verdammt. So, Fahrstuhl da benutzen. Knopf drücken. Genau. Damit auch wirklich funktioniert, hauen wir drauf anstatt ihn zu drücken. Da steht PUSH und ich hau mich. So, ein Hebel betätigen. Wir können da lang gehen. Bitte den Hebel. Hier ist nichts zu sehen. Nichts zu sehen. Dann gehen wir weiter. Testobjekt Tracker aktiv. Umkleideraum. Da müssen wir hin. Okay. Umkleideraum. Was war das? Hm. Okay. Was gibt's hier zu sehen? Da ist sie. Es ist sie. Hola. Ah, die sieht uns gar nicht. Oh, wie dramatisch. Hast du den Fingernagel abgebrochen? Schlimm, ne? Tat weh, ne? Geschnitten an Papier. Bing. Weiter geht's. So. Äh. Jetzt zum Essensraum. Oh, äh. Den Dinging Room. Äh. Speisezimmer. Würde ich mal sagen. Ja, nun mal ruf hier. Da ist sie wieder. Oh. 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 Super. Was ist denn, ne? Oh. Oh. Was ist... Was ist immer das mal? Es hat nichts mit meinem Job hier zu tun. Klar. Oder nicht. Hier geht's nicht weiter. Da geht's weiter. Was ist das für ein Komplex hier? So round and round hier. Wo kommt man mal zu hier hin? Dieser Job wird immer mieser. Wieso? Bis jetzt ist noch nichts passiert. Äh. Wir hören mal das. Box. Ton. Werden wir hier. Was macht dieses Mädchen so anders? Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit, was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint, das Universum mag keine Vermischungen. Okay. Ja. Passiert ist hier was? Hola. Ich klopfe mal an hier. Okay. Ach, da können wir direkt weitergehen. Bibliothek. Ja, haben wir gerade gesehen. Nach uns. Tür öffnen. Aber sind wir jetzt draußen? Ich schaff das. Uh. Ach, das Statue. Müssen wir irgendwo schaffen. Können wir ja leider nicht ändern. Na, guck. Die Tür geht wieder alleine auf. Und die Tür geht nicht mehr zu. Doch, jetzt ist sie zu. So, jetzt sind wir hier drin wieder. Das sieht ja nach dem Fahrstuhl aus. Oder was wir machen. Oh Gott. Äh. Äh. Hallo. Äh. 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 Sind sie echt? Ziemlich echt sogar. Kommt. Sie müssen gehen. Warum? Er darf sie auf keinen Fall hier sehen. Kleinen Moment noch. Ich zieh mich grad an. Ich kann dich hier rausbringen. Man kommt hier nicht raus. Glauben sie mir. Ich hab's versucht. Jetzt warte doch. Es reicht. Wie bist du damit? Was ist das? Damit kommen wir hier raus. Nicht wahr? Was? Was soll ich hier raus? Oh. Wir dürfen weiterspielen. Guck. Ja. Was zur Hölle. Was für Geräusche. So kommen wir raus. Äh. Ich will auch. Ich will auch raus. Äh. Nu. Weiter. Los. Geh. Ich komm doch schon irgendwie. Jetzt kommt auf, dass ich nicht hier rauskomme. Das wird sich zeigen. Hallo. Wer sind sie? Was wollen sie hier? Irgendwie dich und so. Keine Ahnung. weiter, los, leh, geh, geh, geh oh Gott geh zu hier ich bin hier schon reingegangen ich weiß, wo es rausgeht ich glaube es was zur Hölle Gott im Himmel, Party time ja, ach nee warum nicht wow muss ich hier schießen, aber nur was soll ich machen naja, das war super lol hola achso geh zu ja, ich komme doch schon das ist eine Statue ist hier hoch aha, ok ja, ja ich mache es schon lass mal den starken Mann da ran ähm, ah da ist es wuppa Party time wo ist sie jetzt? voll die Psycho-Musik hier ey ha, geil ach, der Turm war das die Statue von beiden oh wie cool die Mucke aber ich kann ja nichts machen irgendwie, außer zugucken also ähm ich wollte gerade sagen muss ich jetzt irgendwas machen wenn nicht, dann stämmen wir jetzt äh, besser oder wir können schwimmen wow hola das sieht ja ganz schön aus okay, das ist jetzt nicht mehr so aber äh, 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 äh oh Gott, wie in der Rückblende hier oder was ist das? Bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld Jaaa, ich komme schon Anna? Anna? Wer ist Anna? wieso jetzt Ladebildschirm? was zur Hölle? Battleship Bay ich soll das Mädchen alles sagen was es hören will sagen ich nur mitkomme ne, so drücke ja, ja, ja oh süß sie hat mir das Leben gerettet Anna Anna nein, ich bin's Elisabeth alles in Ordnung natürlich klein bin ich wieder unter den Lebenden hier Moment so große Augen Sie wären fast ertrunken Sie ich sagte es geht schon ich ich brauche nur einen Moment hören Sie das? ja, Musik, ne das ist Musik genau ich muss ich muss nur okay ich bleib nicht lang ich bleib nicht lang ich bleib nicht lang genau geh einfach weg während ich wieder in Ohnmacht falle ist okay passt schon kein Problem wo ist sie ja, wieder weggelaufen ja, ich muss sie wieder finden naja, gut wir sind am Strand hola ihr habt hässliche Beidekleidung aber das wisst ihr sonst naja was macht ihr hier? jetzt komm schon stell dich mal nicht so an na gut zwei Minuten noch mir ist kalt warum bleibst du im Wasser haben Sie eine junge Frau gesehen? wollen Sie mir etwas andrehen? ich habe nämlich kein Interesse nee warum sollte ich? hey halt ich suche eine junge Frau weiße Bluse blauer Rock braune Haare blaue Augen wer denn nun? hey, haben Sie eine junge Frau gesehen? äh, blauer Rock? nein nein aber ich bin Solo falls du eine Begleitung suchst oh ja, komm haha hola so, wie auch immer blauer Rock, dunkles Haar sieh dir den an schlaf dein Rausch aus, Trottel genau hey, ich suche eine junge Frau haha, wer nicht, Bruder haha, ist der Bock Luftschiff aber du könnten wir hier wegkommen nee ja, Beetlejack Bay haben wir gerade gesehen Ladewitzscher Rookie genau die Zeiten ändern sich die Leute wissen nicht mehr, wo sie hingehören wem sagst du das? Labarababa ich würde mal sagen, da hinten, wo die Musik ist weil sie hat ja Musik gesagt oder? wir gehen mal mit nach hey, Kleine ah ja, da ist er Ladewitzscher labar nicht dazwischen, wenn ich labaren möchte hier hey, hör auf damit jetzt, wenn ich was sagen möchte, möchte er was sagen bitte, Schluss jetzt los, komm jetzt hey, Kleine Kleine Elisabeth hallo oh, das ist wundervoll tanzen Sie mit mir, Mr. DeWitt ich tanze nicht los, komm jetzt wieso was könnte schöner sein als das naja das hat's was mit Paris Paris, wie ich verstehe nicht, wie kommen wir dorthin naja, dieses Luftschiff liegt dorthin aber wenn du lieber weitertanst nein, gehen wir kommen Sie los jetzt auf der Stelle zur First Lady ich bin frei kaum zu glauben, aber wahr lauf mal vor riechen Sie das? diesen Geruch kenne ich nicht Sie vielleicht? klar die Strände, die ich kenne, riechen für gewöhnlich anders äh was, du musst Elisabeth beim Käpt'n nicht beschützen sie kann sich auch selber aufpassen okay Drehkreuz benutzen hä? ja, wir sind doch dabei sind doch dabei ich weiß mal nicht, wohin wir gehen ups, falsch aber hier oben ist noch dieser Sturz ins Wasser hat Ihnen nicht gut getan wieso nicht? ich suche etwas, was vielleicht die Schmerzen lindert Mr. DeWitt, hier Vogel oder den Käfig oder vielleicht den Vogel nichts geht über den Käfig die zwei schon wieder wie äh, 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 äh den rechten sicher sicher der ist toll überraschend mein Tipp war der Käfig wenn du ein schlechter Verlierer sein willst mach ich das nicht mehr das ist reine Sofisterei so ein Halsding ding, 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 ding mein Gott sehen Sie alles in Ordnung was? da war ich zu Hause achso wir sollten verschwinden los ja, ja das war ich nicht das ist richtig das war jemand anders ja, da komm kommst du? ich geh dann mal tschüss ach, labert doch kein Smart wo wollen wir doch denn? da lang so stellen Sie bitte sicher dass Sie einen Ausweis mit Foto vorweisen können Arme nach oben Finger speisen meine speisen stillstehen halten Sie still bringen da komm ich nicht durch ich weiß schon was kommen Sie ja, ich geh mal vor ne ach, laber nett Tür öffnen ach, das Ding ist versperrt was machst du da? Sie sind lustig wonach sieht's denn aus? das Schloss kaputt machst du wo hast du gelernt Schlösser zu knacken? gefangen in einem Turm? nichts als Bücher und Freizeit? Sie würden staunen was ich alles kann ja, so ich mach mal meinen Job weiter hier ne so ich mach mal hier ein bisschen wieder richtig Alpänen so, hallo Sachen sammeln und so Sachen sammeln sammeln ich liebe sammeln Ghost das Vielen Dank.